Fliegen ist Entspannung. Fliegen ist Anspannung. Fliegen ist Erleben. Fliegen ist Losgelöstsein von sämtlichen irdischen Problemen. Fliegen ist eine Philosophie. Beim Drachenfliegen sind eigentlich alle Sinne angesprochen. Das Sehen, das Hören, man hört den Wind, man hört das Windgeräusch. Das Riechen, man riecht irdische Gerüche. Also die Thermik trägt sämtliche Gerüche von Wiesen, von Wäldern, von Tannen. Oder auch tierische Gerüche. Das trägt also ganz bis oben, bis zur Wolke. Also man kann Thermik riechen, man kann Luft riechen. Mit den Wolken spielen, die Wolken praktisch greifen, in die Hände nehmen. Die Feuchtigkeit ist, die Wolke riechen. Diese Luftfeuchte auf sich zukommen lassen und die Bewegung zu sehen gegenüber, das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Das ist meine Idealvorstellung gleichzeitig. Möglichst viel zu sehen, möglichst viel Land abzudecken und abends wieder da zu stehen, wo man hin gekommen ist. Das ist meine Idealvorstellung auf die Hände nehmen, aber siehst du auf den Weg, dass es ein biologischer Gerüche ist für die Hände nehmen.